Es ist ein schmaler Grad zwischen verrückten Menschen und uns. Wir alle haben Stimmen in unseren Köpfen. Unsere Eltern sind da drin. Unsere Zweifel. Unsere Ängste. Unsere Wünsche. Und genau wie verrückte Menschen kämpfen wir alle darum zu wissen, auf welche Stimmen wir hören zu können. Wird ihr die Stimme stachen? Wird ihr die Stimme stachen? Wird ihr die Stimme stachen? Und genau wie habe ich den Menschen. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.